Hallo Felix! Erstmal gratuliere ich dir ganz herzlich zu deinen mittlerweile mehr als 630 Abonnenten. Ich als Hausmann habe mir überlegt, dass ich das mit den Flusen aus meinem Wäschetrockner versuche. Ich habe das vorher schon mal ohne Kamera ausprobiert und schäme mich fast ein wenig, dass es doch so leicht geht. Die Flusen sind nicht behandelt, nicht mit irgendwelchen Flüssigkeiten getränkt, sondern so wie sie aus dem Trockner kommen, kann jeder ausprobieren und ja dann mal los. Das ganze jetzt noch mal zeigen hier, das Feuerzeug ist wirklich leer. Es befindet sich ein Loch da drin und es klappt jedes Mal beim zweiten, dritten oder vierten Mal. Danke fürs Anschauen und Tschüss! Ich habe ein wenig, die Töne aus dememaßig gewaltt und er hat mich zu den Teil des Blitzel in der Dichtlinie. Das war die Töne. Ich habe noch immer, ich habe wieder beurtei und ich habe noch das vidéo. Ich habe noch immer, ich habe Luft geäuertet wie ich auch ein bisschen vermied. Ich habe Zeit, also lieber noch einen Geiger Wohntt und ich habe dabei. Vielen Dank.